Jetzt haben wir dieses scheiß Headset-Kabel, jetzt reicht's mir aber gleich. Mensch! Mir ist auch beim Ansehen der Aufnahmen aufgefallen, dass es entscheidend ist, mit welchem Player man die sich anguckt. Ich hab's mir zuerst mit dem VLC angeguckt, der musste aber ständig nachladen. Und da sind die Aufnahmen auch sehr, sehr kontrastreich und dunkel geworden. Ich weiß ja nicht, wie's aussieht, wenn man's jetzt auf YouTube anguckt. Ähm, aber als ich's mir dann mit dem Media Player, also Windows Media Player, angeguckt hab, da sah's eigentlich ziemlich gut. Also so wie ich's jetzt sehe, sah's da aus. Und das ist eigentlich ziemlich gut. Ich hoffe, es sieht dann auf YouTube so aus, wie ich's auch sehe. Wenn nicht, wäre es ein bisschen gut. Weißt du? So, wir reißen den Bäumen einfach den Boden unter den Füßen weg, salopp gesagt. So, na also. Liegt hier noch was rum? Nö. Dann machen wir mal hier weiter. Hier noch so ein Stückchen abhauen. So, schön. Weg mit dem Gras. Oh, eh keiner. So. Ich muss nur aufpassen, weil hier hier irgendwo unser geheimer Eingang war. Okay. Ziemlich geile 8-Bit-Musik kommt da grad im Hintergrund. Wir machen mal das hier noch ein bisschen weg. Einfach alles weg. So, den Gravel nehmen wir uns wieder mit. Den hat ein gewisser Mensch hier wohl zurückgelassen. Da kommt grad ein Hund. Die ganzen Creeper-Löcher, eh, ist da echt. Zum Abkacken. Okay. Ne, ins Erdog. Äh. Ich will dort. Outsch. Das hat echt wehgetan. So, das kann auch mal weg hier. Sowieso senseless. Utsch. Und wir müssen mal was essen. Vielen. Vielen Dank. Lieber Spielgenerator. So, da hier alles sowieso auf, äh, sinnlosem Grund und Boden steht. Der Typ dann. Äh. Werden mal hier noch die Schicht abtragen. Das machen wir jetzt aber nicht alles, ne. Nicht, dass ich... ...mergweilig wird. Ja. Die Musik ist sehr... ...und so. So, wir müssen mal hier noch ein bisschen die... ...Steinchen abtragen, weil... ...Cobblestone haben wir ja aufgrund diverser Sachen... ...äh, äh... ...nicht mehr so viel. Oh, ein Geh. Siehst du, es steht alles auf irgendwelchen... ...ja, sonst was. Dann müssen wir das wohl erstmal alles kaputt machen hier. Na super. Hier haben wir die nächste. Na, wir haben schon ein paar Stacks durch. Das ist gut. Das kann man wirklich nie genug haben. Na, was habt ihr denn gedacht? Daniela Katzenberger. Ja, ja. Wer ist brak? So, haben wir hier noch was. Dann jumpen wir mal hier runter, wo sowieso alles im Toh ist. So. Das noch weg. Das nicht. Aber das hier. Das braucht eh keiner. So. Und das noch weg. Und, äh, das noch weg. Und das. Und noch das. So. Und runter. Autsch. Aber egal. Wir sind starke Männer. Wir müssen das aushalten. So. Immer her damit. Immer her damit. Habe ich immer Verwendung für. Das kommt dann weg. So. Wo ist denn der andere Block jetzt hin? Schon eingesammelt. Na gut. Okay. Dann, äh, machen wir die Fläche hier noch fertig. Und dann sind wir fertig. Dann habe ich genug durchgesammelt. Einverstanden. Ja. So. Machen wir hier noch. Schön Rand drum. So. Machen wir das noch weg hier. Und schnell die Eile, äh, den Stein hier. So viel Zeit muss sein. Ist klar, ne? So. Machen wir das noch weg hier. Und das. So. Was zum Teufel. Ach, ne. Ach, ne. Jetzt haben wir gar keinen Aufstieg mehr. Fällt mir grad so auf. So ein bisschen. Mischen. So. So. Machen wir's so. Ja. Wir sind zu Hause. Zack, 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 hintereinander weg. Das machen wir jetzt noch fertig. So. Lalalalala. 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 So. Wir könnten ja dann auch bald irgendwann mal in den Meter. Oder in Ether. Oder whatever. Das reicht dir zwar mit Dirt, aber ich muss das hier fertig machen. Dieses Scheiß-Headset-Kabel, ey. Ich geh nochmal krachen. So. Ja, Moment. Die paar Blöcke hier muss ich jetzt noch fertig machen. So. Jetzt haben wir hier ne freie Fläche mit vielen, vielen Löchern drin. Darum kümmern wir uns aber später. So. Pünktlich ist die Axt auch kaputt. Äh, die Schaufel meine ich. So. Und. Zack. Wie viel Dirt? Warte mal, Kunde. Hallo. Junge. Ich komm jetzt mit dir mit. Hier liegt noch ein Stückchen Dirt. Ah, das sieht aber nicht so toll aus hier. Hallo. Du musst leider färben. Nimm's nicht persönlich. Kugel? Keine. So. So, der ist da unten. Dann besuchen wir ihn gleich mal. Okay, da lebt nichts. Warte mal, ich will dir verdammt nochmal Dirt geben, du Spaten. Alter. Was macht der denn hier? Hotel? 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 So. Ich bin ein bisschen senseless, aber heeeey. Er will da Gras lang wachsen lassen. Ich wünsch dir viel Spaß, man kann's ja auch immer irgendwo. So mein Lieber, ich schenke dir jetzt ne Menge Dirt, bleib mal stehen. Naja, so nicht, aber... Loll, was hat der denn jetzt gemacht? Da unten hab ich grad einen Creeper gesehen. Also du solltest da nicht runterfallen, mein Lieber. So. Hallo, darf ich dir mal bitte den Dirt geben? Ich hab keine Verwendung dafür. Junge! So. Komm her. Hier. Hallo? Junge! Ach! Was soll denn das? So, pass auf, jetzt zeig ich's dir. Komm lang! Bitteschön. Haha. So. Na, ich geb dir mal den ganzen Rest auch noch. So. 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 Ein Stack behalten wir. Hier liegt was. Junkie.